Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunger Games mit den Herrn Blaze. Ich kenn die Map, ich glaub's nicht. Also, wir haben ne Chance. Ja, ich lauf gleich zum Kran hinter, ne? Wo ist der Kran? Hinter dir. Hinter mir, heuer hinter mir. Okay. Rotes Haus. Rotes Haus? Kran? Okay. Gibt's da irgendwas am Kran? Jo, zwei Kisten. Eine im Haus, eine am Kran. Am Kran? Da muss er aber durchs Haus, oder? Jo. Bist du schon im Haus? Jo. Ich lauf schon nach oben. I see you. Ein Holzschwert. Wow. Naja, besser als nix, ne? Wie kommen wir zum Kran? Wo ist die Kiste da? Da oben. Ich musste einmal springen. Holzschwert, okay. Zumindest haben wir beide schon mal ein Schwert. Das ist auch was, oder? Jo. Bist du schon wieder unten? Nö, ein Stockwerk. Also, ich bin gleich wieder unten. Ja, okay. Wie bei dir, okay. Ich seh dich. Ich bin direkt neben dir. Wo geht's denn hier runter? What the fuck? Hier, hier sind wir hoch drum. Ist keine Orientierung, ne? Aber da ist keine Orientierung. Ne. Da ist nichts. Orientierung wie ne Weltsau. Geben wir hin zum Flugfeld, oder? Äh, wenn du dich traust. Klar. Boah, da ist einer. Wurde er ja nicht schon wieder. Am Eingang vom Haus. Ja, komm hinten raus. Ich bin hinten rausgegangen. Ich bin schon beim Flugzeug. Du bist so lahm. War eigentlich im Flugzeug auch irgendwo ne Kiste da. Ist der auch noch hinter mir? Ähm, ja. Aber jetzt hat er mich gesehen. Ich hab einen Bogen, aber keine Pfeile. Ist irgendwie doof, ne? Ist der leer gewesen? Was denn? Die Kiste. Ne, hab ich rausgenommen. Ah, hier ist einer. Komm mal her. Der braucht ja auch mich. Die kann sich von hinten überraschen. Und los. Das hab ich dich einmal gehauen, glaub ich. Nein. So ein Sackgesicht. Ja, ich hab wieder ein anderes Weg. Okay, da war mich grad noch einer hinter dir. Aber der ist aufgauen. Ja, jetzt regeneriert er sich wieder. Dann denkt er, wenn du alleine auf ihn drauf gehst, dann wieder nicht wahrscheinlich fertig machen. Dann hol ich mir ne Kiste. Die da? Nö, äh, hinten am Berge ist noch eine. Ich mein, die hier holt, dann fällt man noch runter, oder? Ja. Kann man das schnell genug machen? Weiß ich nicht. Holen wir mal schnell da hinten am Berg die Kiste. Ich hab alles rausgekriegt. Ich komm zu dir. Also das Boot hab ich drin gelassen. Ich glaub ein Boot brauch ich ja nicht auf der Map. Nicht? Nein. Warum nicht? Wofür? Er hat einen Knall. Das wär ein Sticks gewesen, ne? Das wär ein Sticks gewesen, ne? Das wär ein Sticks gewesen, brauchst du Schuhe? Ich hab noch ein paar Schuhe übrig. Ah, da ist die Kiste. Ich hab noch ein Bogen. Ich hab noch ein Holz. Ich kann auch einen Bogen gehen. Einen Bogen und ein paar Schuhe. Einen Schuhe hab ich jetzt grad. Okay. So, wo waren hier noch Kisten, ne? Was mich ja interessieren wird, ob die im Hangar schon gelootet worden sind. Also quasi die im Tower. Will ich so einen Bogen haben? Äh, keine Pfeile. Ne, trotzdem. Der nimmt mir den Bogen mit. Da ist einer. Da sind zwei. Der hat ein Steinschwert, ne? Cool. Du hast ihn getroffen. Nein, ey. Der konnte doch gar nicht wegrennen. Der war doch angezündet. Ich sterb. Warum? Weil da der andere auch noch da war. Okay, ich hab den eingetötet jetzt. Ah, ich hab das auf Steinschwert wechseln. Verdammt, jetzt muss ich wegrennen. Irgendwie auf Steinschwert wechseln. Das ist ja hinter mir. Guck mal. Versuch mir mal. Wer läuft denn auch? Scheiße. Ich muss abhängen. Ich kann so kein Schwert auswählen, weil... Ich hab meins weggeschmissen. Dachte, das andere könnte ich aufhängen. Ob das leider vorher aufgehoben. Immer noch hinter mir? Ja. Wie nah? Der nah. Immer noch sehr nah. Ja. Jetzt nicht mehr. Dann ist ja alles gut. Jetzt zwei Steinschwert und Pfeile und alles. Beinmal hast du ihn getroffen. Ja, ich weiß. Jetzt hab ich auch viel bessere Ausrüstung an als er. Ah. Ich Tier. Boah, ich bin irgendwie jetzt voll Shane. Volle Ausrüstung. Golden Leggings. Sag mal ob einer um mich herum kommt. Ö? Ich hab so viele Sachen. Was kann ich denn hier noch aufheben? Nix. Ich muss mal was wegschmeißen. Hier das Boot brauche ich nicht. Noch ein Feuerzeug brauche ich nicht. Ich brauche die Samen nicht. Die Axt brauche ich nicht. Hier die ganze Lederzeug brauche ich nicht. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Bögen ohne Ende brauche ich alle nicht. Schüsseln kann ich mal behalten. Pfeile weg. Es kommt einer von der Landebahn. Rechts von dir. Ach da. Der haut ja ab. Den kille ich doch mal eben. Hat nur ein Holzschwert in der Hand. Ein Schlag. Da ist noch einer ne? Wo? Warte. Rechts hinter dir. Rechts hinter mir. Ach da. Der hat ein Holzschwert. Hab ich den ertroffen? Oder was? Ist irgendwie verschwunden gerade bei mir. Einmal hast du ihn getroffen gehabt. Ja wir hier. Der ist jetzt schon... ...mau dem Haus. Aber da ist noch einer auf dem Baum. Boah hier irgendwo? Bei der Straße. Jetzt ist er runter gesprungen. Da ich sehe ihn. Dümtédümt düdemt dümt 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 dümt. Oh ich glaub der kann nicht mehr laufen. Jetzt habe ich mir erstmal richtig Anfungen gegeben hier. Komm, lass dich einfach treffen, dann ist gut. Mal durchgucken, was wir hier so haben. Erstmal muss ich was essen. So, jetzt können wir mal wegschmeißen, was wir nicht brauchen. Leder, Leder. Ach, was ist das denn? Noch ein Steinschwert? Oh Mann, Gott. Hab ich alles aufgehoben, was wichtig wäre. Axt und Axt. Kein Ding bleiben. Ich brauch mal irgendwo eine leere Kiste, wo ich was reinräumen kann. Das geht schneller, als wenn ich das wegschmeißen muss. Mit den Häusern vorsichtig sein, ne? Wieso? Ich sag nur Lava. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Eins der letzten Häuser, glaub ich, das vorletzte. Okay. Ja. Ich guck mal ein bisschen mit, ob ich hier irgendwo einen Spieler sehe. Okay. 60 Sekunden bis Deathmatch. Du kannst mal gucken, ob du einen Crafting-Table findest. Einer ist bei den Gleisen oben auf dieser kleinen Brücke. War das ein Spieler, oder? Ja. So. Hm. Ich komm mal eben grad irgendwie ein Mist weg, den man sowieso nicht mehr braucht. So. Damit ich auch was aufheben kann. In 30 Sekunden ist Deathmatch. Und ich hab kein Crafting-Table gefunden. Der Mitte ist einer. Ja, das ist schon wie nicht mehr in 30 Sekunden. So. Er kommt runter. Der eine hat ein Eisenschwert. Der eine hat ein Eisenschwert. Scheiße. Jetzt krieg ich jetzt mal zwei Pfeile ab. Oder auch gar keinen. Okay. Der brennt. Und die zwei streiten freut sich der dritte, oder wie war das? Der ist ein Eisenschwert. Nein, jetzt brenne ich auch noch. Das ist wirklich gut. Wo ist denn mein Pfeilzeug eigentlich? Irgendwo hingepackt. Na, wer ist der bessere Bogenschutz hier? Verdammt. Ein Schuss und ich bin tot. Gut, dass der das nicht weiß. Nein, tot. Feuerwerk. Ja, ja, Feuerwerk. Aber nice Battle am Ende. Nice Battle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.